Der freie Markt. Oder warum die totale Umsetzung des Libertarismus die Hölle auf Erden wäre. Kommunismus und Sozialismus sind Ideologien, die in den aktuellen Staatsführungscharts nicht gerade in den Top Ten rangieren. Warum liegt auf der Hand. Beide Ideologien sind in ihrer damaligen Umsetzung vor den Augen der Welt mehr oder weniger gescheitert. Fragt man ganz simpel nach dem Warum, wird man jede Menge spontane Antworten erhalten. Die meisten dieser recht emotional vorgetragenen Aussagen haben dann eines gemeinsam. Sie sind falsch. Die, die in den entsprechenden Systemen gelebt haben, werden andere Gründe für das jeweilige Scheitern ihrer Ideologie nennen, als jene, die den Kommunismus oder Sozialismus als Staats-DNA nur von außen als Beobachter kennengelernt haben. Beide Zeitzeugen, der Beobachter wie der, der am Experiment teilnahm, werden argumentieren, richtiger zu liegen als die jeweils andere Seite und jeder wird sich dabei auf dieselben Argumente berufen, um seine These zu beweisen. Wer beispielsweise im Kommunismus gelebt hat, wird dem, der ihn nur von außen kennt, vorwerfen, diesen eben nur von außen zu deuten. Das wäre wie ein Auto ausschließlich nach seinem Design zu beurteilen, auch ohne nur einen Meter damit gefahren zu sein. Der Angesprochene wird kontern, dass derjenige, den den Kommunismus persönlich erlebt oder überlebt habe, befangen wäre und immer noch zu dicht dran am Geschehen. Ihm fehle der nötige Abstand. Er wäre immer noch Fan einer Ideologie, die seine Jugend und damit ihn derart geprägt habe, dass sein Blick auf das Ganze sentimentale Züge tragen würde, wie man diese auch von Soldaten kennt, die sich bei ihren Geschichten vor den Enkeln nur noch an die Kameradschaft und die Abenteuer im Krieg erinnern wollen, während es ihnen gelingt, das Gemetzel, das Grauen, das Verrecken des Krieges zuverlässig zu verdrängen. Während der Argumentation spielt es keine Rolle, ob jemand vorher im Kommunismus oder Sozialismus gelebt hat oder eben nicht, oder ob er damals für ihn und jetzt gegen ihn wäre, oder umgekehrt, damals gegen ihn und jetzt für den Kommunismus oder Sozialismus, immer könnte Person A, Person B vorwerfen, sie wäre nicht kompetent, da sie entweder damals zu dicht dran oder eben damals zu weit weg gewesen wäre. Oder dass sie immer noch befangen oder immer noch voreingenommen und durch die einschlägigen Propagandamedien manipuliert zu einer neutralen Sicht gar nicht in der Lage wäre. Man kann Jahre zubringen, um zu analysieren, wer mehr richtig oder weniger falsch liegt. Am Schluss läuft es bei der Beurteilung einer gescheiterten Ideologie auf private Meinung hinaus. Meinung kann man nicht messen. Das wissen wir aus der Fankurve im Fußballstadion. Auch wenn der eigene Verein zu Hause 1 zu 4 verloren hat, kann das Spiel unfassbar spannend und spielerisch brillant gewesen sein, während ein 2 zu 0 Sieg außerhalb auch als stinklangweilig in die eigene Vereinsgeschichte eingehen kann und man sich für die faulste eigenen Jungs gegenüber dem Gentleman-Gegner in Grund und Boden schämen muss. Fragt man Intellektuelle, was sie am Fußball lieben, hört man sehr oft die Antwort, Fußball macht den Kopf frei. Der einfache Mann liebt nach dem Spiel nichts mehr als die Diskussion im Anschluss über das gesehene Spiel. Natürlich in der Stammkneipe um die Ecke beim besten Bier der Welt, welches der Fan vom Trikot seines Klubs her kennt. Bei diesen Kneipenanalysen der Bodengruppe geht es oft erstaunlich intellektuell zu. Spielzüge, Taktik, Mannschaftsaufstellung, die gesamte Saison wird bis ins letzte Detail erinnert und erörtert und schließt man die Augen, lässt nur die Sprache auf den sozialen Stand dieser Fans schließen. Nach dem dritten Bier ist sowohl beim Intellektuellen als auch beim einfachen Bürger akzeptiert, dass ein Sieg ein Sieg war und eine Niederlage eben eine Niederlage, da liegen alle Fans zu 100% richtig, da sie ganz simpel nur die Zahl der gefallenen Tore zählen müssen. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir es bei der finalen Beurteilung, ob ein Fußballspiel gewonnen oder verloren wurde, mit einer Trefferquote von nahezu 100% zu tun haben, bei nahezu jedem Spiel. Vergleichen wir diese Trefferquote mit der Richtigkeit der Analyse, wenn es um das Scheitern politischer Systeme geht, müssen wir feststellen, dass Intellektuelle, die sich in diesem Sport für besonders Firmen halten, nahezu vollständig daneben liegen. Sie treffen weder den Ball, noch ins Tor, noch des Pudels Kern. Der Sozialismus, der Kommunismus, aber eben auch jede andere Diktatur sind immer nur an einem gescheitert. An der Natur des Menschen. Die Natur des Menschen ist das permanente Foul jeder Ideologie und ein Schiedsrichter, der diesen Umstand effektiv ausschließen wollte, müsste vor allem die vom Platz stellen, sprich vom Spielfeld der Geschichte entfernen, die diese Fouls produzieren. Auch hier hätten wir es sehr schnell mit einem leeren Spielfeld zu tun. Nur der Mensch foult. Im Fußball sowie in der Geschichte. Es ist nicht bekannt, dass je ein Ball von sich aus oder ein zu eroberter Landstrich gegenüber dem Menschen je gefoult hätte. Wie auch. Der Mensch mag so nur noch ein fairer Spieler sein, der ihm das Gegenüber der Gegner fehlt. Sobald er dann aber in Mannschaftsstärke am Horizont der Geschichte auftaucht, erscheint mit ihm das Foul auf dem Platz. Menschen faulen und nur der Mensch fault Menschen. Käme es heute zu einer Revolution und würde aus dieser dann der Libertarismus als neuer beherrschender Spieler hervorgehen, wäre auch hier die Freude über die endlich erkämpfte echte Freiheit, die nach der festen Auffassung der Libertären dann total und allumfassend sein müsste, nur von kurzer Dauer. Von sehr kurzer. Warum? Weil der Libertäre, bei all seinen Überlegungen von vollkommener Entstaatlichung, bei seinem Wunsch von freiem Markt, frei von jeglichen Regeln, frei für alle, alles zu tun und damit eben auch frei, nichts zu unterlassen, eines vollkommen ausblendet. Eben die Natur des Menschen. Fouls, unfaires Spiel oder Korruption lassen sich auch per Gesetz nicht vom Platz der Geschichte verbrannen. Es gibt sie und es wird sie immer geben, solange der Mensch so ist, wie er ist. Der Staat benötigt das Gesetz, die rote Karte. Die rote Karte kann aber nur dann ihre abschreckende Wirkung entfalten, wenn es einen Schiedsrichter am Platz gibt, dessen Autorität von jedem Player am Markt nicht nur gekannt, sondern er schon gefürchtet wird. Ohne Schiedsrichter kann man vielleicht noch im Hinterhof kicken, wenn es um nichts geht. Sobald es aber etwas zu gewinnen gibt, werden aus Spielern Konkurrenten und jede Mannschaft entwickelt dann das, was man Kampfgeist nennt. Nicht umsonst findet man beim Sport wie im Krieg dieselben Begriffe. Da wird geschossen, wird der Gegner zerlegt, war die Stimmung bombig, wurde die andere Seite vernichten geschlagen und geht es um Sieg oder Niederlage. Du kannst das politische System wechseln, wie du einen Verein wechseln kannst. Die Verhaltensmuster der Spieler kannst du kaum verändern. Du kannst sie nur durch künstliche Regeln, verbindliche Regeln, staatliche Gesetze in gewissen Bahnen halten. Und schon sind wir bei Karl Marx. Alle Revolutionen haben bisher eines bewiesen, nämlich, dass sich vieles ändern lässt. Bloß nicht der Mensch. Leben wir heute im Kapitalismus oder ist es eher ein aufgeladener Turbo-Kapitalismus? Oder wäre Casino-Kapitalismus die richtigere Bezeichnung, in der das Blut des Systems, das Geld, zu 96% auf Spieltischen an der Börse landet? Oder muss man die DNA der Wirtschaft frisierten Libertarismus nennen? Umgangssprachlich Neoliberalismus? Fragt man Libertäre, würden Sie sagen, nichts von alledem. Ihre Antwort lautet durch die Bank, wir leben in einer von A bis Z durchreglementierten und damit wettbewerbsverzerrenden Staatswirtschaftswelt, die vorgibt kapitalistisch, also offen zu sein, die vorgibt, einen freien Markt und damit freie Unternehmer zu fördern, dabei aber im Gegenteil über staatliche Institutionen jede Innovation im Keim erstickt. Das Fazit der Libertären lautet daher, der Staat, wie wir ihn in der BRD, aber auch in den USA aktuell erleben, ist nichts anderes als ein verkappter Sozialismus, verkappte Planwirtschaft. Wo man hinkommt, trifft man als angeblich freier Unternehmer auf die künstlichen Hindernisse des Staates. Diese totale Bevormundung, so die Vertreter der Libertären Idee, die im Kern aber auch nur eine Ideologie und keine Wissenschaft ist, diese Rund-um-die-U-Entmündigung durch den Staat, ist Schuld am wirtschaftlichen Niedergang des Westens und damit auch Schuld am Zustand des Planeten. Gäbe es, so das Fazit der Libertären, einen wirklich freien Markt, hätten sich all die globalen Probleme innerhalb kürzester Zeit erledigt. Automatisch. Ohne die Einmischung irgendeines Staates oder einer staatlichen Institution. Allein die Kraft des freien Marktes, die unsichtbare Hand, würden die Probleme der Welt beheben. Der freie Markt würde sich quasi von selber einpendeln und zu einem Gleichgewicht führen. Man könnte den Libertarismus daher auch perfekt nennen, so seine fanatischen Anhänger. Würde sich die Welt endlich total dem Libertarismus in seiner nicht enden wollenden Freiheit für alle vollständig unterordnen, oder muss man auch hier sagen ergeben, wäre der Planet schon in Kürze das Paradies auf Erden. So die Libertären. Nur ist das so. Auf gar keinen Fall. Das Gegenteil würde eintreten. Eine Steigerung dessen, was wir jetzt schon erleben. Die noch größere, ungerechte Verteilung von allem wäre dann normal. Totale Freiheit würde vor allem denen nützen, die aus dem alten System kommend aus einer besseren Position starten würden und könnte man nur verhindern, indem man all diese Personen von diesem Planeten entfernt. Aber auch diese Maßnahme würde eine Wettbewerbsverzerrung nur verzögern, nicht aber verhindern. Was den Libertären bei ihrer Idee des freien Marktes bis heute in Gang zu sein scheint, ist die Natur des Menschen. Menschen, der Mensch, ist des Menschen Feind. Das zieht sich wie ein roter Faden für jeden unübersehbar durch das, was der Mensch Geschichte nennt, nur dass diese Geschichte die Geschichte des Menschen meint, als gäbe es sonst keine andere. Das Einzige, auf das man sich bei der Natur des Menschen verlassen kann, ist die Tatsache, dass alles, was ein Mensch heute ist, wie er lebt, was er mag, was er ablehnt, seinen Geschmack, seine Moral, dass das alles so schnell wechseln kann, wie die angesagten Styles bei H&M. Man kann sich beim menschlichen Verhalten in der Zivilisation nur darauf verlassen, dass es mit der Mode geht, während der größte Teil der ursprünglichen Natur des Menschen immer dann zutage tritt, wenn ein staatliches Korrektiv wegbricht. Gemordet, vergewaltigt oder gebranntschatzt wird entweder auf Befehl oder noch eher, wenn der Täter davon ausgehen kann, nicht bestraft zu werden. Dann mutieren ganz normale Menschen über Nacht zu abscheulichen Bestien. In jedem von uns schlummert ein massenmordender Sadist. Die Umstände halten ihn in Schach. Ändern sich die Umstände, ändert sich der Mensch. Der Wahnsinn liegt 24 Stunden am Tag auf der Lauer. Welchen Anteil am kollektiven Morden dabei die Zivilisation hat, wurde von niemandem besser analysiert als vom Berliner Soziologen Arno Grün. Er hat bis zum Ende seines Lebens vor allem den Begriff Zivilisation vollkommen entzaubert. Grün wagte es, die Statik aller Zivilisationen freizuschaufeln und zu benennen. Gehorsam. Absoluter Gehorsam. Der Mensch kann mit absoluter Freiheit, wie sie die Libertieren fordern, in der Masse wenig anfangen. Er hat eher Angst vor ihr, da er sich der absoluten eigenen Freiheit ausgesetzt, er durch sie ausgeschlossen fühlt. Ausgeschlossen aus der Masse. Der Mensch ist ein Herdentier und ist eher bereit, in einem Angriffskrieg im Kollektiv unterzugehen, als sich Solo gegen die manipulierten Überzeugungen der Masse zu stellen und damit selbst zum Feind zu werden. Wer in der Demokratie die Wahrheit sagt, wird von der Masse getötet. Platon. Und damit sind wir bei des Pudels Kern. Menschen haben ihren natürlichen Instinkt nahezu verloren und durch lokale, sehr unterschiedliche Moralmoden ersetzt. Moral, aber auch Ethik sind aber nichts anderes als eine Form des Geschmacks, Gewohnheit. Sitten werden nicht angeboren. Sitten, also Verhaltensmuster, entwickeln sich. Was in Land A schwer okay sein kann, ist in Land B ein Grund, vor den Kadi zitiert zu werden oder man wird nur als unverschämt wahrgenommen und nie wieder eingeladen. Versuche einmal in Indien eine Kuh zu schlachten. In China beim Besuch einer Familie Blumen zu überreichen. In Indonesien Menschen ohne ihre Erlaubnis zu fotografieren oder in den USA oben ohne zu baden. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und schon ein Handzeichen, das hier als okay wahrgenommen wird, steht im sonst so lässigen Italien für Arschloch. Auf was wir hinaus wollen. So identisch der Mensch erscheint, wenn man ihn auf dem OP-Tisch liegen hat, so unterschiedlich verhält er sich, wenn man ihn rund um den Globus in seiner individuellen Umgebung antrifft. Menschen in der Gruppe sind dann noch komplexer. Was X solo nie tun würde, macht er wie ferngesteuert, wenn er sich mit XXL in einer Gruppe befindet, die dasselbe tut. Stichwort Köln. Menschen machen nach, schon um dazuzugehören oder noch treffender. Um nicht ausgeschlossen zu werden, machen Menschen die schrecklichsten Dinge mit. Aber immer unter der Bedingung, dass sie es nicht allein tun müssen. Das Kollektiv verbindet. Nur so lassen sich Kriegsverbrechen durch Menschen erklären, die eben noch Otto-Normalverbraucher waren und die jetzt durch einheitliche Kleidung nicht nur optisch gleichgeschaltet wurden. Dabei blieb das, was man Eigenverantwortung nennt, nicht versehentlich auf der Strecke, sondern wurde durch die bewusste Mechanik des Systems vorsätzlich zur Strecke gebracht. Massen. Auf die Frage, wollt ihr den totalen Krieg, kann die Energie der Antwort Ja nur dann in entsprechende Bahnen gelenkt werden, wenn sie von der Masse gegeben wurde. Man stelle sich dieselbe Situation mit vertauschten Rollen vor. Die Massen hätten gefragt, willst du den totalen Krieg? Und Goebbels hätte seinerzeit geantwortet, Ja. Auch mit der damals vorhandenen Verstärkung durch ein Mikrofon wäre die Wirkung eher von lächerlicher Natur gewesen. Ein Rohrkrepierer. Wie konnten die Massen auf die Frage Goebbels überhaupt mit Ja antworten und warum gab es nicht eine einzige Nachfrage, wie zum Beispiel, Herr Goebbels, erlauben Sie mir, dass ich nachhake, aber von wann bis wann soll denn dieser totale Krieg dauern und welche Areale soll er denn mit einbeziehen? Was wäre denn das finale Ziel, Herr Goebbels, also des totalen Krieges? Dass es zu keiner Nachfrage kam, lag weniger an der Inszenierung, weniger daran, dass der Einzelne in der tobenden Masse gar nicht gehört worden wäre. Es lag vor allem daran, dass in Massen das individuelle, selbstständige Denken erlischt. Statt des menschlichen Verstandes regiert dann animalisches Sein. Der Verstand sinkt mit der Masse der Versammelten, wusste schon der französische Arzt und Ethnologe Gustave Lebon und an seinen Erkenntnissen kann man sich bis heute orientieren. Auch Hitler wäre heute wieder oder Treffen dann noch viel eher möglich, wenn man dieselben Methoden oder Massenmanipulationen anwenden würde, nur dass es heute eben keinen Winkel der Erde mehr gäbe, an dem man sich vor der Propaganda des Imperiums verstecken könnte. Erinnert uns dieses Szenario nicht an die Gegenwart? Hätten die Nazis Drohnen eingesetzt? Hätten sie Handydaten genutzt, um aus ihrer Sicht subversive Figuren auf der Fläche des Imperiums zu jagen und zu eliminieren? Es lebe die totale mobile Kommunikation. Dein Navi sagt dir, wie du nach Hause kommst, aber vor allem sagt es uns, wo wir dich finden. Du nennst es World Wide Web, wir nennen es Netz. Menschen gehorchen für ihr Überleben gern. Es liegt in ihrer Natur, sich lieber einer totalitären Gesellschaft anzuschließen, die sie dann rund um die Uhr kollektiv unterdrückt, statt sich gegen diese Form der Verführung zu stellen und dafür von der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden. Mehr Führung und ein starker Staat ist eine Forderung, die immer dann wieder in Mode kommt und von privaten Gazetten der Machthaber als alternativlos verkauft wird, wenn ein Umbruch droht, wenn Massen immer mehr beginnen, sich aufzuspalten, um eigene Ideen zu entwickeln. Aktuell fordert die NATO-Hauszeitschrift die Zeit mehr Polizei, mehr Spione, mehr Überwachung, mehr Sicherheit, mehr politische Führung. Die Zeit fragt perfide, darf's auch ein bisschen mehr sein? Nein, lautet hier unsere Antwort und auch die Libertären würden hier sicher auch ein Nein entgegnen. Nur warum? Weil die Libertären davon ausgehen, wir hätten heute zu viel Staat, während wir wissen, dass dieser Staat eben nur noch so tut, als sei er als Staat für die Bevölkerung da. Der Staat wurde längst ausgehöhlt und an private Investoren verschachert. Der Staat, der Sozialstaat, ist heute zu großen Teilen noch ein Avatar, ein Fake, Kulisse, Verpackung, Tara statt Netto. Das Chaos, das wir an allen Ecken erleben, ist eben nicht ein Ergebnis von zu viel Staat, sondern von zu viel Privatisierung durch korrupte Staatsdiener. Mehr politische Führung wie jetzt von der Zeit gefordert, würde nur wie in den USA verlaufen. Es wäre nur ein weiteres Milliardengeschäft für private Sicherheitsdienste, die nur ein verkappter Arm der Rüstungsindustrie sind. Das Volk hat diese Entwicklung, wenn auch nicht in allen Details, längst erkannt, nur weiß es nicht, mit seiner Ohnmacht umzugehen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, weiß der Volksmund. Die Psychologie spricht von Stockholm-Syndrom. Der Unterdrücker, der Führer, der Schlechter, der Präsident, die Kanzlerin, wird so zur Identifikationsfigur. An dieser Unterwerfungsmechanik, gebaut auf der Natur des Menschen, kann auch der Libertäre nichts ändern. Denn dazu müsste er ja in die DNA des Homo sapiens sapiens eingreifen. Und das kann selbst er nicht. Oder muss man sagen, Gott sei Dank. Der Libertäre selber ist der Fehler im System, der die Idee des Libertarismus zum Scheitern bringen würde. Denn auch der Libertäre ist ein Mensch, der sich in der Gruppe und zur Macht gekommen völlig anders verhalten würde, als zuvor angenommen und propagiert. Doch allein die Machtergreifung durch die Libertäre wäre eher von kurzer Dauer. Warum? A. Die Sauberkeit der Revolution dauert höchstens 14 Tage. Jean Cocteau. B. Nehmen wir an, alle Menschen auf diesem Planeten bekämen übermorgen Summe X als Begrüßungsgeld. Sie hätten keine weiteren Besitztümer mehr, sodass ein Immobilienhai am Tag der Ausgabe genauso vermögend wäre wie eine Mutter zweier Kinder in Angola. Nehmen wir weiter an. Es gäbe weltweit keinen Staat mehr. Keine Gesetze und keine Regeln. Jeder könnte schalten und walten, wie er wollte. Es gäbe nur noch einen weltumspannenden, globalen, vollkommen freien Markt, bei dem es nur noch ein einziges Gesetz gäbe, nämlich, dass keine Gesetze mehr existieren würden, da sich alles überall und von alleine regeln würde. Wie sähe diese Welt schon Wochen nach dem totalen Reset, dem totalen Restart aus. Glaubt man den Libertären, hätten wir es mit einer nicht enden wollenden Friede, Freude, Eierkuchen, Fete zu tun. Jeder wäre seines Glückes Schmied und da es keine staatliche Aufsicht und damit auch keine Verzerrung mehr gäbe, wären alle happy und zufrieden, wie die Situation sich schon nach Wochen entwickelt hätte. Pustekuchen. Eine derart unregulierte, vollkommen endstaatliche Welt wäre ein Dschungel. Alle dürften alles, aber nur die Korruptesten würden überleben. Denn sie gehen über Leichen. Schon Stunden nach der Ausgabe des identischen Startkapitals hätten sich die privaten Banden und die privaten Clans der Vergangenheit wieder zusammengefunden. Hätten sich private Gruppen zu privaten Interessensgesellschaften zusammengeschlossen, um im Kollektiv mehr private Macht zu generieren. Macht über den Rest. Warum? Auch wenn jeder Mensch an einem solchen Tag mit denselben wirtschaftlichen Mitteln ausgestattet werden würde, so wären doch seine Chancen zu überleben völlig unterschiedlich. Eine alleinerziehende Frau im Kongo hat eben nicht dieselben Möglichkeiten wie ein Harvard-Student aus gutem Hause. Ihr fehlt schlicht die Bildung oder der Zugang zu sauberem Wasser. Daran kann auch die identische Summe X zu Beginn der libertären Idee nichts ändern. Ohne Staats, ohne Regeln finden nur diejenigen reizvoll, die in diesem neuen System für sich die größeren Vorteile wittern. Das sind bei den Libertären in der Regel junge, weiße Männer. Schon die Art, wie sie ihre libertären Ideen gegenüber KenFM seit Monaten kundtun, lässt einen extrem hohen Grad an Aggression erkennen. Wer bei ihrer totalen freien Marktgläubigkeit nicht sofort total und unwiderruflich mitgehen will, ist entweder unterbelichtet, ein New World Order jünger oder er arbeitet direkt und irgendwie für den Kreml. Gegen die Penetranz dieser freiheitsliebenden Libertären sind die atmenden Magazinständer der Zeugen Jehovas noch lässig. Wer den Fehler gemacht hat, sich mit einem dieser Libertären auf ein Gespräch einzulassen oder einen ihrer digitalen Schulungen anzusurfen, bekommt schnell die dunkle Seite der Macht zu spüren. Hier hilft nur ein Text wie dieser, um vor diesen neuen Soldaten des Kapitals zu warnen. Merkel zwischen dem Schwachen und dem Starken ist es die Freiheit, die unterdrückt und das Gesetz, das befreit. Diese Erkenntnis von Jean-Jacques Rousseau wird von den Libertären vollkommen ignoriert oder geleugnet. Die eigentliche Macht auf diesem Planeten geht nicht vom Kapital aus. Das Kapital ist nur eines der Tools, mit denen Macht gelenkt wird. Auch das Militär, Parteien oder große Industrien sind nicht die wirkliche Macht. Die Macht ist unsichtbar und besteht in der Struktur persönlicher Verbindungen. Alteingesessene Familien, langjährige Geschäftspartner, Verbindungen, deren Stabilität gemachte Erfahrungen darstellen, sind die eigentliche Macht hinter den großen Blöcken oder den Staaten, die auf diesem Globus um die Vorherrschaft, sprich die Macht, über das Individuum kämpfen. Und es geht nur um das Individuum. Wenige Menschen wollen den aus ihrer Sicht unterbelichteten Rest der Menschen nach ihrer Pfeife tanzen lassen. Das vollständige Weglassen von Staat wie von den Libertären gebetsmühlenartig als Paradies verkauft, hat auf uralte, gewachsene Strukturen genauso wenig Einfluss wie ein Gesetz, das einer Mutter verbieten würde, ihren Säugling zu beschützen. Verhaltensmuster sind verdammt stabil. Es ist kein Zufall, dass die Werbeindustrie jedes Produkt gern mit einer aufreizenden, weiblichen Silhouette auflädt und dass das weibliche Dekolleté mehr Blicke auf sich zieht als das Dekolleté eines Handwerkers. Gegen diese Urkraft, diesen Trieb, diese Natur kommt keine Idee und schon gar keine Ideologie an. Auch nicht die Libertäre. Akzeptiere die Natur des Menschen, die vor allem eines ist, unnatürlich. Der Mensch verfügt kaum noch über das, was man gemeinhin als Beißhemmung bezeichnet. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Nicht weil er muss, nein, weil er es kann. Dieses Können hat sich zum Muss entwickelt oder besser, hat sich nie vom Muss wegentwickelt. Die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen sind zwar rasant Richtung Horizont geschossen, sodass er Technologien entwickeln konnte, die ihn zunehmend unabhängig gemacht haben vom Jahreszeiten abhängigen Nahrungsangebot. Auch seine medizinischen Fähigkeiten, Stichwort Geburtenkontrolle, hätten ihn eigentlich wegbringen müssen vom Kampf Mann gegen Mann. Kooperation statt Konfrontation hätte die intellektuelle, logische Schlussfolgerung sein müssen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Obwohl der Mensch längst in der Lage wäre, im Kollektiv friedlich zusammenzuleben, das für alle reicht, ist der Krieg immer noch der Vater aller Dinge. Menschen sind eben nur oberflächlich intellektuell und zivilisiert. Ihr archaischer Kern, ihr Reptiliengehirn, konnte mit dem technologischen Fortschritt und seinen Konsequenzen nicht mithalten. Wir sind in Wahrheit Neander-Digitaler. Und das kann man am besten an der Art beziehungsweise Unart erkennen, wie wir im 21. Jahrhundert wirtschaften. Wir träumen noch von einer schönen alten Welt des Handwerks. Gleichzeitig verhalten wir uns brav nach den Regeln der Industriegesellschaft und tatsächlich leben wir bereits mitten im Informationszeitalter. Unsere gewohnten Vorstellungen, unsere aktuell gültigen Grenzen und die neue technische Realität passen nicht mehr zusammen. fasst es Georg Hasler in seinem schmalen Buch Blütenstaubwirtschaft zusammen und führt weiter aus. Durch den Blick auf den Wandel unserer Produktionsformen ergeben sich von selbst die besten Argumente für das Prinzip Open Source in Verbindung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen als Basis für neue Wirtschaftsformen. Hasler ist Schweizer und die sind, wenn es um Wirtschaft und Geld geht, wenn es darum geht, die eigene Zukunft seriös zu definieren, bestimmt nicht lässig. Eine Gesellschaft, die es schafft, sich über das Sein und nicht mehr das Haben zu definieren, ist auf dem Weg zu echter Freiheit. Eine Gesellschaft, die Arbeit von Einkommen trennt, der klassische Erwerbsarbeit für alle und jeden in einer voll industrialisierten Gesellschaft unmöglich geworden ist, sorgt für echten Wandel. Menschen würden nicht mehr über ihre Jobs erpresst werden können. Sie hätten endlich in Massen die Chance, einem Beruf nachzugehen, der von Berufung kommt. Die Menschen würden endlich ihre Fähigkeiten einbringen und nicht ihre reine Lebenszeit an ein System verschwenden müssen, um zu Geld zu kommen. Das wäre ein echter Rechtsstaat, ein Rechtsstaat 2.0, denn sein Kern wäre die Verteidigung der Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist eine Farce, denn sie wird jeden Tag angetastet und verletzt durch den freien Markt. Denn der freie Markt funktioniert in seiner Konsequenz nur, da er erpresst. Mögliche Zukunft Moderne Staaten, der Rechtsstaat, wurde über viele Köpfe und viele Dekaden doch im Kern vor allem erkämpft, um den Menschen vor seiner eigenen Natur und der Natur selbst zu schützen. Freiheit, Gleichheit und vor allem Brüderlichkeit sind ein intellektuelles, künstliches Konstrukt, das dazu gezimmert wurde, um der aus menschlicher Sicht ungerechten Natur ein menschliches Antlitz zu verleihen. Der von Natur aus Benachteiligte, der körperliche Versehrte, der Alte, der Gebrechliche, der weniger Gebildete sollte in der Solidargemeinschaft aufgefangen werden. Der größte Fortschritt des Menschen war nicht das Rad oder die Glühbirne, nicht die Zähmung des Feuers oder die Schrift. Der größte Fortschritt war Rousseaus Gesellschaftsvertrag. Es ging um kein geringeres Ziel als das Ende der Barbarei. Dem Sieg über die Willkür, gleiches Recht für alle in Verbindung mit keinem Unrecht für niemanden. Zugegeben ein Ideal, aber dieses Ideal ist wie der TÜV. Nur wer weiß, dass man ihm ohne TÜV die Karre stilllegt, lässt die Bremsen rechtzeitig erneuern. Würde man auf freiwillige Selbstkontrolle und Eigenverantwortung setzen, wäre der totale Crash nur eine Frage der Zeit. Ohne Schiedsrichter geht es nicht oder wir haben es morgen mit Natur pur zu tun. Aber, und das scheint den Feinden jeglichen Gesetzes, den Libertären ebenfalls in Gang zu sein, auch die Natur kennt ein Korrektiv, ein Gesetz, an das sie sich gnadenlos hält und das sie allen Kreaturen aufzwingt. Es gibt ein Gleichgewicht, das grob heruntergebrochen auf Jäger und Gejagte setzt. Das Glied in der Nahrungskette wird in der Natur aber nicht verhandelt. Auch hat nicht jeder dieselben Chancen in einem völlig deregulierten Lebensraum. Die Natur zeigt, wie natürlicher Libertarismus aussieht. Fressen und gefressen werden. Mäuse werden von Katzen gefressen und nie umgekehrt. Mäuse gleichen ihre Opferrolle durch hohe Geburtenzahlen aus. Blauwale haben das nicht nötig, sie fressen Grill in Tonnen und nie umgekehrt. Die libertären Tiere fressen sich auch bei lebendigem Leib und fahren nur deshalb gut damit, da sie, wenn sie satt sind, aufhören. Das unterscheidet sie vom Raubtier-Mensch. Der Mensch ist ein Wesen, das seit seiner Existenz wie besessen daran arbeitet, neue Technologien zu schaffen, die vor allem dazu geeignet sind, dass ein Einzelner der Spezies mit möglichst wenig Aufwand eine extrem große Anzahl derselben Spezies umbringen kann. Stichwort Atombombe. In einem libertären Land unserer möglichen Zukunft sollte es doch wohl erlaubt sein, sich privat eine Atombombe zuzulegen, oder? Alles andere wäre ein Eingriff in die totale Freiheit des Einzelnen. Wenn Person X eine Atombombe haben möchte, sollte es ihr möglich sein, eine zu bekommen. Der Besitzer könnte vielleicht im Vorfeld ein Papier unterschreiben, auf dem er versichert, die Bombe nur in Gegenden auszuprobieren, wo niemand wohnt, oder zumindest vor der Zündung dazu aufzurufen, dass alle in den Keller gehen. Wer sollte ihm diesen Wunsch nach einer Kernexplosion verwehren wollen? Wichtiger aber, in einer vollkommen libertären Welt wäre zumindest der Besitz einer Atombombe nicht verboten. Es gäbe eben überhaupt keine Regeln mehr. Alles würde sich eben von alleine regeln. Und die Menschen wären so, wie man sie nur deshalb aktuell nicht erlebt, da das aktuelle Wirtschaftssystem, egal wie wir es nennen, den Menschen eben zu dem macht, was er im Moment ist. Niemand käme ohne dieses System auf die Idee, sich zum Beispiel an X zu rächen, weil diese ihm zum Beispiel die Frau ausgespannt hätte. Neid, Missgunst, Verrat, Mord und Totschlag wären wie weggezaubert in einer libertären Welt. Alle wären total frei und total glücklich und würden in einem totalen freien Markt von Party zu Party eilen, um sich gegenseitig die totale Zuneigung zu bestätigen. Plan C wie Check your head Mir würde es reichen, wenn wir aktuell anfangen, den Restrechtsstaat wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wenn wir, und damit meine ich jeden Bürger, den Staat wieder an den entscheidenden Stellen entprivatisieren. Wenn wir Transparenz schaffen, wo sie hingehört, bei Behörden und Regierung. Und wenn wir sie dort wieder einführen, wo sie das Individuum vor Überwachung schützt. Mir würde es reichen, wenn wir die private Geldschöpfung abschaffen und stattdessen den gesamten Geldapparat verstaatlichen. Wenn wir die Gefahr des exponentiellen Wachstums endlich erkennen und aus unserem gesamten Wirtschaftskreislauf verbannern würden, per Gesetz. Unendliches Wachstum auf einer endlichen Fläche ist Selbstmord. Wir sollten anfangen, als Spezies zu denken und als Spezies zu handeln. Wir sollten sämtliche Ressourcen als die Ressourcen aller erkennen, die auf diesem Planeten leben. Es ist unser aller Meer, unser aller Land, unser aller Öl, Luft, Gold, Nahrung, unser aller Schöpfung. Wir sollten jene belohnen, die die Logistik hinter der Waffenindustrie nutzen, um statt Waffen endlich Nahrung und Medizin an die entlegensten Orte auf diesem Planeten zu transportieren. Vor allem aber sollten wir das Grundproblem auf diesem Planeten angehen, den mangelnden Zugang zu Bildung. Wir sollten global denken, aber lokal handeln. Wir sollten Kriege verbieten und die Geräte, die man benötigt, um sie anzufangen, verschrotten. Das alles geht nur, wenn wir es per Gesetz beschließen, festlegen und jene bestrafen, die gegen das Gesetz verstoßen. Keine Macht für niemand, aber eben nur, wenn jeder von uns niemand heißt und sich auf staatliche Regeln einigt, an die sich alle halten müssen. Ohne Ausnahme. Anfangen könnten wir schon morgen, indem wir die von privaten Konzernen unterwanderten Massenmedien wieder zu Medien der Massen machen. Erstes Ziel für 2016 ein bedingungsloses Grundeinkommen. Weniger Arbeit, mehr Leben, weniger Konkurrenz, mehr Kooperation. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diese Kontrolle sollte von Volksvertretern ausgehen und permanent rotieren, damit niemand auf die Idee kommen kann, sein erworbenes Wissen auf seinem Posten zu missbrauchen. 1936 gab es in Katalonien ein ähnliches Experiment. Wir müssen es nicht eins zu eins wiederholen, aber wir sollten es analysieren und in der Gegenwart neu überarbeitet wiederbeleben. Niemand steht über dem Gesetz, aber dazu muss es eines geben, an dem sich jeder orientieren kann. Wer hingegen auf den Dampfer der Libertären zusteigt, findet sich morgen in einem römischen Stadion wieder, nur weiß er vorher nicht, ob er Zuschauer sein wird oder er das Opfer, das zur Unterhaltung den Löwen zum Fraß vorgeworfen wird. Wollen wir dieses Experiment wirklich wagen, nur weil es einen neuen Namen trägt? Libertarismus ist eine Art Aufstand, der so tut, als wäre er jetzt die nötige Medizin, um den dahinsichenden Staat zu heilen. Aber stimmt das? Ist die libertäre Ideologie wirklich die Pille, die wir jetzt schlucken müssen, um uns zu befreien, oder wären die Nebenwirkungen dieses Aufstandes eher der totale Kollaps? Sir Francis Bacon sagte über den Aufstand, den man neudeutsch auch als Revolution oder kompletten Systemwechsel bezeichnen könnte, der Aufstand ist ein Heilmittel, das schlimmer ist als die Krankheit. Die Krankheit heißt hier vor allem Täuschung. Ein bereits neoliberal, unterwanderter, ausgehöhlter, privaten Interessen geopferter Staat soll in einen vollkommen deregulierten Markt überführt werden. Einem Staat, bei dem der Mensch eben nur noch Marktwert hat. Und der wird von jenen taxiert, die diesen freien Markt unter allen Umständen einführen wollen, Libertäre. Da halten wir es mit Erich Kästner. Nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Wir bleiben bei schwarzem Kaffee, immer schön wach bleiben und die Tassen, die man nicht unmittelbar benötigt, immer wieder zurück in den Schrank. Untertitelung im Auftrag des ZDF,